Jo Leute, was geht, da bist du wieder Masak, euer bester Freund. Ich weiß, es ist jetzt mega spät, wo ich das Video online stelle. Ich war den ganzen Tag unterwegs mit meinen Brüdern und so. Ich musste ein paar organisatorische Sachen klären für den 7.12. Leute, ich habe gesehen...